Hallo und herzlich willkommen bei PradoMade. Es ist wieder Diablo 4 angesagt und wir stehen wie so oft vor dem Schmied. Ja, was kann der Schmied? In dem Fall die Alina. Wir können hier Gegenstand aufwerten. Das machen wir jetzt da. Wir schauen uns an, was mein zweiter Gegenstand beim Aufwerten so alles machen kann. Ihr seht, im Moment hat er 612 Rüstung, 3,5% Verlingung und so weiter. Schaut, lädt es euch durch, denn wir wählen das jetzt aus und jetzt können wir es hochlayern. Ein bisschen. Die erste Stufe kostet rund 640, dafür erhöht es die Rüstung um 9, die Kontrollbeeinträchtigung um 0,3%, äh, Schaden um 4%, äh, 0,4%, Entschuldigung, Stärke plus 2 und Fertigkeit des Typs Infusion auch 0,8. Bei den restlichen Stats, ihr seht es unten, das ist 18% und so, das bleibt alles gleich. Da verbessern wir jetzt gar nichts. Wenn ihr das Objekt auch habt und ihr habt bessere Stats unten, dann schreibt es mal gerne rein, ich hab keine Ahnung, ob das jetzt ein guter Roll war oder schlechter bei diesen Werten. Also, gehen wir jetzt aufwerten. So, beim nächsten Mal können wir noch einmal plus 9 machen. Ich seh jetzt das. Jetzt haben wir das erhöht, jetzt können wir es noch einmal plus 9, ähm, plus 0,4, plus 0,3. Eine Stärke, das war nur plus 0,7%. Beim Typ Infusion, so. Dann sind wir auf der dritten, auf der zweiten Stufe, jetzt kann man es auf die dritte Stufe auch noch aufwerten. Dann wieder plus 9, plus 0,3%, plus 0,4%. Jetzt zwei Stärke, Fertigkeit, also Schaden für die Fertigkeit des Typs Infusion plus 0,8%. Das heißt, da geht es fast auf 10%, jetzt da. Und die letzte Stufe braucht wieder diese extra Items, die ich noch nicht habe. Wieder 10.000 Goldkosten und so schaut unsere Rüstung jetzt aus. Äh, so schaut es im Moment aus. Das wäre das Maximum, was ich jetzt erreichen könnte. Ja, das ist es von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Meine zweite Seite, sag's mir, wie es bei euch läuft. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau.